Hallo meine durchgeknallten Otakus und herzlich willkommen zur nächsten Manga-Lizenz-News. Und dieses Mal werde ich euch das Winterprogramm von Tokio Pop vorstellen, aber in zwei Parts. Weil Tokio Pop das auch so in zwei Etappen verkündet hat, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Erst so die Shoujo-Titel, dann die Shonen-Titel. Und deshalb möchte ich es genauso machen. Also in Teil 1 schauen wir uns erstmal nur die Shoujo-Titel an, in Teil 2 dann die Shonen-Titel. Ja? Ist da Bescheid. Dann werden wir nämlich auch durch mit den ganzen Lizenzen, weil mehr Lizenzen-News gibt es aktuell nicht. Zumindest zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und dann hätte ich das ganz gut alles wieder aufgeholt, was ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten war. Dadurch, dass ich im August eben nicht so viel Zeit hatte für YouTube. Genau, also fangen wir einfach an mit Shoujo und Girls-Love-Titeln. Unser neues Programm steht in den Startlöchern und heute möchten wir euch die ersten Titel vorstellen. Wir beginnen mit unserem Markenzeichen, den Shoujo-Neu-Staats. Gefolgt von Girls-Love, macht euch gefasst auf Romantik, Drama, Fantasy und viele Emotionen. Finde ich interessant, dass Tokio Pop Shoujo als ihr Markenzeichen betrachtet, by the way. Weil es gab ja auch eine Zeit lang, wo sie sich mit Shonen Attack gerühmt haben und da dieses Shonen Attack Magazin rausgebracht haben und auf einmal total viel Wert auf Shonen gelegt haben. Was man ja irgendwie mittlerweile leider vergessen hat so ein bisschen bei dem Verlag. Aber gut, ich kann mich nicht beklagen, sie bringen Shaman King neu raus. Alles gut. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Black Clover ist ja auch eine Hammer-Serie, die ich total gerne lese. Also, ich hab nix gesagt. Ja, neue Shoujo-Titel. Es geht direkt los mit Yona unter demselben Mond. Ein Einzelband, der im Dezember 2020 erscheinen wird für 12,99 Euro. Und dabei handelt es sich tatsächlich um eine Light Novel. In der Light Novel Yona unter demselben Mond bekommen wir wieder die Gelegenheit, die Abenteuer, die unserer starken Heldin und ihren Gefährten auf ihrer Reise zustoßen, mitzuerleben. Ein Regenschauer zwingt die Gruppe, in einer Höhle Unterschlupf zu suchen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Yeha oder Jiha, I don't know, nimmt die Unterbrechung zum Anlass, sich die Zeit mit einer Sorgenberatung zu vertreiben, während Hak und Yun sich auf den Weg in die Stadt machen. Auf dem Rückweg treffen sie auf ein Geschwisterpaar, das ihre Hilfe benötigt und in Hak Erinnerungen an ein Erlebnis mit Yona hervorruft. Ach, was auch noch interessant ist, hier ist auch noch der Hinweis, dass es wohl auch eine Limited Edition geben wird. Also wird diese Novel wohl in zwei verschiedenen Versionen erscheinen. Aber als Preis steht halt hier nur 12,99 Euro. Ich denke mal nicht, wenn eine Limited Edition auch kommen wird, dass die genauso viel kostet. Also ich denke mal, die wird ja dann schon ein bisschen teurer sein als die normale Auflage. I don't know. Auf jeden Fall habe ich das tatsächlich bei MangaUpdates.com gefunden. Und ja, die Story stammt von Toko Fujitani und die Zeichnungen wie bei Manga auch von Mizuho Kusanagi. Ist beim Hakusenscha Verlag erschienen, war in keinem Magazin oder sowas drin. Er hat eine 9,1 Bewertung. Also er freut sich unter Fans großer Beliebtheit die Novel. Und was vielleicht noch interessant ist, ja, Genres, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Harem, Romance und Shoujo. Und hier ist halt noch der Hinweis, dass dieser Roman in drei Segmente unterteilt ist. Einmal J.H.'s Counseling Room, Part 1. Dann Under the Same Moon, also unterm selben Mond, Parts 1 bis 5. Und dann nochmal J.H.'s, ja, Sprechzimmer, könnte man auf Deutsch sagen, Part 2. Gut, das dazu. Dann haben wir als nächstes. Im November 2020 erscheint ein Kuss reinen Herzens von Marina Umezawa. Abgeschlossen in zwei Bänden und da wird jeder Band 6,99 kosten. In der Erstauflage wird sogar eine Schoko-Card enthalten sein. Mireille leidet unter Mysophobie, der Angst vor Ansteckung und hat Hemmungen, ihre Mitmenschen sowie deren Habseligkeiten zu berühren. Daher sind Reinigungstücher und Desinfektionsmittel aus ihrer Tasche nicht mehr wegzudenken. Finde ich, ist auch ein Thema mit hohem Aktualitätsbezug, weil jetzt die meisten Leute so drauf sind seit Corona. Ich find's schon echt übertrieben. Vor allen Dingen, wie ist denn das für so einen Menschen, der eh so eine Mysophobie hat, wenn dann jetzt auf einmal der Corona-Outbreak ist? Also die Leute sind doch jetzt richtig hart mit ihrer schlimmsten Angst konfrontiert. Muss ja ein richtiger Horror- und Albtraum sein für so Leute. Oder könnte genau das Gegenteil sein, dass die sich jetzt denken, oh geil, jeder läuft mit Mundschutz rum, das ist die Utopie, von der ich immer geträumt habe. Man weiß ja nie. Mireilles Mitschüler Jun erkennt ihre Krankheit und will sie darin bestärken, über sich hinaus zu wachsen. Er denkt sich eine unangenehme Situation nach der anderen für sie aus, der sie sich stellen muss. Vom Ausleihen eines Stiftes bis hin zum Besuch eines Freizeitparks. Doch warum tut er das für sie? Und hilft das Mireille wirklich, ihre Angst zu überwinden? Das erinnert mich auch so ein bisschen an die eine bei Bob's Burgers. Da gibt's ja auch dieses Mädchen, das voll die Bakterienphobie hat und sich noch nie auf irgendeinen Stuhl oder sonst was gesetzt hat. Und sie hat immer mit den Armen so abstützt, um ja nicht mit dem Hintern da drauf sitzen zu müssen. Das ist auch herrlich gewesen. Originaltitel Sekai de Ichiban Kirei na Hatsukoi. Genres sind Romance, School Life und Shoujo. Leute, ich hab mir irgendwie im Schlaf auf die Zunge gebissen, glaube ich. Ich merk das voll beim Reden. Er ist an der rechten Seite so komisch geschwollen. Ja, und der ist eben im Shokomi Magazin von Shogakukan erschienen. Sorry, wenn ich komisch rede. Das liegt daran, dass ich die ganze Zeit merke, dass meine Zunge so komisch geschwollen ist auf der einen Seite. Ja, es gibt noch gar keine Bewertung und nichts dazu. Aber Leute, es hat zwei Bände und es ist eine Shokokate in Band 1 drin. Also, wer gerne Shoujo liest, sollte hier, denke ich mal, auf jeden Fall zuschlagen. Da macht man doch nichts falsch. Kostet euch 14 Euro. Na gut, 14 Euro ist dann auch schon wieder viel Geld, ne? Boah, überlegt mal früher, habt ihr 10 Euro für zwei Manga-Bände bezahlt? Und jetzt sind es einfach 14 Euro. Schon Hammer, die Inflation. In Dezember 2020 erscheint dann die Geschichte vom Untergang unserer Liebe. Ebenfalls mit Shokokate nur in der Erstauflage. Von Miyoshi Tomori, abgeschlossen in sechs Bänden, für je 6,99 auch wieder. Aoi und Isumi kennen sich seit Kindertagen. Schon damals war Aoi klar, dass sie mehr für Isumi empfand und sie gestand ihm ihre Liebe. Doch heute, sechs Jahre später, kann sie sich nicht erinnern, ob Isumi ihre Gefühle erwiderte oder nicht. Bitch, please, das wüsstest du. Das wüsstest du. Wenn ich solche Beschreibungen lese, die Aggressionen innerlich, mehr sage ich dazu nicht. Dumme Bitch. Um sich dessen zu vergewissern, lädt sie ihn in ihr altes Geheimversteck in den Bergen ein. Doch plötzlich entdecken sie etwas Übernatürliches und Isumi verhält sich total merkwürdig. Irgendein mysteriöses Wesen scheint von Isumis Körperbesitz ergriffen zu haben. Das ist ja creepy, oder? Stellt euch vor... Also erstmal, stellt euch vor, ihr habt zu oft RTL 2 geschaut und eure Gehirnzellen sind komplett abgestorben. Und dann hockt ihr da, denkt euch so, hm, ich hatte doch mal diesen einen Typ, auf den ich voll abgefahren bin. Ich hab dem auch die Liebe gestanden, aber ich weiß gar nicht mehr, ob der das jetzt auch erwidert hat oder nicht. Und dann bestellt ihr den einfach mal, weil ihr ein Creep seid, in euer Geheimversteck in den Bergen. Wahrscheinlich noch so total abgelegen, wo euch niemand findet, falls er euch umbringen wird. Und dann ist er von einem Dämon besessen. Der Stoff, aus dem Horror-Mangas gemacht sind. Und Albträume. Vor allem die Geheimversteck. Geheimversteck heißt ja auch, das kennt niemand außer den beiden. Ja, wenn der wirklich irgendwie von einem Dämon besessen ist oder von einem Teufel oder was weiß ich was und sie umbringt, niemand wird ihre Leiche finden. Weil keiner weiß, wo dieses fucking Geheimversteck in den Bergen ist. Außer ihr und ihm. Wahrscheinlich ist es nicht als Horror-Manga getaggt, aber ich könnte es mir bei der Grundprämisse echt vorstellen. Aber vom Cover her sieht das voll harmlos aus. Joes sind Drama, Romance, Shoujo und Supernatural. Schade eigentlich. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es in diese Horror-Richtung gegangen wäre. Dann wäre es ein Manga für mich gewesen, nach meinem Geschmack. Das hatte doch genau die richtigen Zutaten für einen guten Horrorfilm. Eine Protagonistin, die saudumm ist, ein abgelegenes Geheimversteck in den Bergen und ein Typ, der auf einmal besessen ist von was auch immer. Achso, der Originaltitel ist Aigashino no wa Kimi no Sei. Die Geschichte stammt von Saru Tekots und die Zeichnungen von Miyoshi Tomori. Ist im Margaret-Magazin von Shoeisha erschienen und hat eine Bewertung von 8. Einfach nur 8. Ja, gibt keine Kommentare dazu. Wenn ihr den vielleicht schon mal im Internet gelesen habt, dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen, von was der Knabe jetzt nun eigentlich besessen ist. Das würde mich jetzt, glaube ich, echt mal interessieren. Und warum die Bitch so kernbehindert ist und sich nicht erinnern kann, ob ihr ihre Liebe erwidert. Okay, weiter im Text. Dann haben wir als nächstes im Januar 2021 Check Me Up von Maki and Joji. Ist in sieben Bänden abgeschlossen, die jeweils 6,99 Euro kosten werden. Surprise, surprise. Auch hier wird nur in der Erstauflage dem ersten Band eine Schoko-Card beiliegen. Vor 5 Jahren rettete der gut aussehende und freundlich junge Arzt Dr. Tendo das Leben von Nanasees Großmutter. Gleichzeitig wurde Nanasee von Amors Pfeil getroffen. Um ihren Helden in Weiß wiederzusehen, beginnt sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und landet sogar im selben Krankenhaus wie Dr. Tendo. Doch weder kann sich dieser an sie erinnern. Bitch, ist doch auch klar, ja? Für den war deine Oma nur eine Patientin von vielen. Und du als Angehörige wahrscheinlich noch viel unwichtiger als die Patientin. Was hast du denn erwartet, Mädel? Was hast du denn erwartet? Immer diese Weiber, die sich da Luftschlösser bauen und denken, da kommt jetzt wunder was bei rum. Vor allen Dingen, das hättest du auch einfacher haben können, wenn du den nochmal wiedersehen wolltest. Hättest du dir auch einfach ein Bein brechen können absichtlich, ab in das Krankenhaus, wo er arbeitet. Und hättest du den auch in deiner Umgebung gehabt. Was weiß denn ich? Lass dir halt was einfallen. Da musst du doch nicht direkt ein Studium für ablegen. Oder eine Ausbildung zur Krankenschwester. Doch weder kann sich dieser an sie erinnern, noch ist er so charmant wie damals. Patienten kennen ihn als aufmerksamen, geduldigen Arzt. Die meisten Kollegen jedoch als übel gelaunten Intriganten. Okay. Auch Nanasee ist von seiner direkten, ruppigen Art eingeschüchtert. Trotzdem beginnt sie im Krankenhaus ihre eigene Heldenreise und bietet dem dämonischen Dr. Tendo mit frechen Sprüchen und Souveränität die Stirn. Klingt nach einer coolen Hauptbethuse. Auch wenn die auch wieder ein bisschen kernbehindert ist, dass sie nicht alles irgendwie ein bisschen einfacher macht. Vor allen Dingen zu Patienten ist er ja lieb, ja. Also wäre vielleicht besser gewesen, du wärst als Patientin nochmal in das Krankenhaus gegangen, statt als Kollegin, die er ja wie scheiße behandelt. Und auch hier wieder die Frage, ist der Typ besessen? Hier steht ja sogar der dämonische Dr. Tendo. Was ist da passiert? Warum sind die alle besessen in diesen Liebesgeschichten von irgendwas? Von Dämonen? Von Teufeln? Von Aliens? Von Vaginalsekret? Originalsekret? Was weiß denn ich? Also wer auf jeden Fall total gelangweilt ist von diesen typischen 0815 Shoujo Titeln, wo die Hauptthuse halt einfach blöd ist wie scheiße, nix auf der Pfanne hat und halt sich alles gefallen lässt, dann solltet ihr vielleicht mal bei Check Me Up reingucken. Originaltitel Koiba Tsuzukuyo Dokumademo. Und tatsächlich ist das gar kein Shoujo Titel, sondern ein Josei Titel. Comedy, Romance und Slice of Life. Und es gibt ein Sequel, sehe ich gerade. Koiba Tsuzukuyo Dokumademo Bangaihen. Das ist ein One-Shot. One-Shot kann jetzt auch bedeuten, dass es nur ein einziges Kapitel ist. Bin ich mir gerade etwas unsicher. Ach, ich kann ja noch gucken, ob das vielleicht jemand scanlated hat. Nö, hat keiner scanlated. Es sind insgesamt sieben Bände. Gut, das hatte ich aber glaube ich schon gesagt. Und es ist im Petit Comic von Shogakukan erschienen. Hat eine Bewertung von 7,5, was jetzt gar nicht mal so gut ist. Ah, und wir haben Bewertung. Oh, 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 oh. Hated it. Also ich hab's gehasst, weil es diese ganzen Shoujo Manga Tropes hat, die ich hasse. Eine irrational besessene Protagonistin und ein Arschloch Protagonist. Der selbst dann noch der Protagonistin ambivalent gegenübersteht, nachdem sie zusammenkommen. Das einzig Gute war der Zeichenstil. Übrigens, ich finde, der Zeichenstil sieht so total altmodisch aus. Also ich hab das gesehen, hab gedacht, das sieht für mich aus wie so ein Manga aus den 90ern. Aber tatsächlich ist der von 2016. Just saying. Hier meinte aber auch jemand, es ist interessant. Hat sogar 10 von 10 geratet. Der andere übrigens 4 von 10. Ich verstehe den ersten Satz nicht. Ist sehr komisches Englisch. Okay, also die Person ist auf jeden Fall total begeistert gewesen. Ich fand es total interessant. Konnte gar nicht die Raws abwarten, um zu gucken, wie es weitergeht. Okay, also irgendwie ist das ein sehr nichtsagende Review. Sehr komisches Englisch und... Keine Ahnung. Naja, ich denke mal, ihr habt jetzt einen guten Einblick da reinbekommen. Und dann könnt ihr euch ja selbst eine Meinung bilden, ob das jetzt in euer Manga-Regal gehört oder eher nicht. Gehen wir weiter zum nächsten Titel, der im Februar 2021 erscheinen wird. Miracle Niki, nicht zu verwechseln mit Mirai Niki, von Mika Sakurano in drei Bänden abgeschlossen. Und der ist ein bisschen teurer als die anderen Mangas. Also der wird tatsächlich 7,50 Euro sogar kosten. Hat aber auch eine Schoko-Card nur in der Erstauflage. Und es geht um Folgendes. Niki liebt Mode und träumt davon, irgendwann einmal Stylistin zu werden. Eines Tages wird sie auf Befehl von Königin Nanari in das Marvel-Königreich gerufen. Ob sie da wohl Spider-Man getroffen hat? Eine seltsame Welt, in der alles anhand von Wettkämpfen entschieden wird. Das Reich ist Niki ein Rätsel. Okay. Finde ich jetzt auch eine etwas weirde Beschreibung, die mir jetzt nicht so viel sagt irgendwie. Hätte ruhig ein bisschen ausführlicher sein können. Spielt im Jahr 672 der Neuen Ära, was auch immer das sein soll. Okay. Also hier steht tatsächlich noch ein bisschen mehr. Es gab wohl mal einen Stylisten, der König Syed hieß. Und gestorben ist und seine drei besten Outfits hinterlassen hat als Vermächtnis. Ja. Und das waren halt so krasse Schätze, dass es die ganze Nation gespalten hat. Und die sich halt wirklich um diese drei Outfits geprügelt haben. Okay. Das klingt sehr weird. Die haben Krieg geführt wegen drei Outfits. Hätte man nicht auch einfach diese drei Outfits nochmal nachproduzieren können, dass dann jeder eins davon tragen kann, statt sich dann gegenseitig umzubringen? Oh Gott. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ach so. Und dann machen sie eben diesen Wettbewerb und der Gewinner kriegt ja jetzt Schätze. Und dieser Styling-Wettbewerb ist halt sehr viel krasser, als sich das jeder vorstellen konnte. Weil der neun Tage lang ging und das wurde in der Geschichte niedergeschrieben als der neuntägige Krieg. Bitch please, es gibt tausendjährige Kriege in der Geschichte. Im Real Life. Egal. Acht Jahre später ist der Krieg vorbei. Die Nationen vertragen sich wieder. Und aus irgendeinem Grund geht es dann doch wieder weiter mit dem Bitchfight. Ich verstehe das alles nicht. Naja, und Nikki ist halt ein normales Mädchen aus unserer Welt. Und die wird dann in diese neue Welt heraufbeschworen, das eben Miraland heißt. Gut, auf Deutsch eben Marvelland. Warte mal, hieß das Marvelland? Marvel-Königreich, okay. Und sie ist wohl die letzte Hoffnung, um das Land zu retten. Och Gott, was ne Krütze, Leute. Ich krieg Hörnblutungen nur vom Lesen von dieser Beschreibung. Ich möchte gerade lachen in ne Kreissägerin. Genres sind Adventure, Comedy, Fantasy, Shoujo. Ja. Lies sich auch wie Comedy. WTF. Ja, drei Bände abgeschlossene. Was interessant ist, Mika Sakurano ist nur die Zeichnerin. Der Autor ist tatsächlich Nikki Incorporated. What the fuck. Also steckt da wirklich so eine Firma dahinter, die am Ende noch Merch produzieren zu der Rotze. Ey, wenn das sowas ist wie Hello Kitty, dann dreh ich durch. Was ist das? Nikki Company. Was stellt diese Firma her? Dumme Mangas? Na egal. Auf jeden Fall ist es im Princess Magazin von Akita Shoten erschienen. Hat ne Bewertung von 6,7, was unterirdisch schlecht ist und wundert mich auch gar nicht. Also, nee Leute. Lest lieber was Vernünftiges. Ich glaube, das Geld ist sinnvoller in anderen Mangas investiert. Boah, wie viele sind es denn noch? Ich habe langsam keine Lust mehr. Oh, das wird heute ein sehr langer Teil. Okay, im Januar 2021 erscheint dann noch Süße Küsse. Eine I Love Shoujo Short Story Collection von Mai Ando. Dementsprechend ein Einzelband, der 7,50 Euro kostet. Die Collection umfasst insgesamt 5 Kurzgeschichten, die zwischen 2014 und 2015 in der Shokomi von Shogakukan erschienen sind. Am Ende folgt ein längeres Nachwort, in dem die Autorin auf jede einzelne Kurzgeschichte noch einmal genauer eingeht. Außerdem gibt sie einen spannenden Einblick in ihre Arbeit und den Alltag mit ihren Katzen. Originaltitel Kiss Yori Amai Sonosaki wa? Oh mein Gott. Hier ist ein einziger Satz als Beschreibung. Mein erstes Mal Liebe machen mit meinem Freund an der Valentinstagsnacht. Genre sind Romance und Shoujo. Gibt keine Bewertung, kein Rating. Wundert mich nicht bei so Kurzgeschichten-Sammlungen. Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr selber wissen, wenn ihr die Mangaka mögt, dann solltet ihr vielleicht zugreifen. Wenn nicht, dann wohl eher nicht. Ich glaube nicht, dass man da groß was verpasst. Und zu guter Letzt haben wir noch den Girls Love Titel und dann haben wir es gepackt für den ersten Part. Für den ersten Part wohlgemerkt gibt es noch einen zweiten Part mit den schonenden Titeln. Aber da bin ich dann ein bisschen mehr daheim. Dann langweilt mich das auch nicht so. Und zwar haben wir hier noch den Girls Love Titel. Im Februar 2021 erscheint Küsse und weiße Lilien für meine Liebste. Das klingt extrem kitschig. Von Kano und in zehn Bänden abgeschlossen. Also relativ lang. Für 6,99 Euro jeweils. Also seid ihr da mit 70 Euro dabei. Könnt ihr schon mal drauf einstellen, wenn ihr die Reihe sammelt. Ayaka, die bereits in der Mittelschule alles dafür getan hat, um die perfekte Schülerin zu sein, geht davon aus, dass sie ihre Position als Klassenbeste und Liebling auch in der Seiran Akademie behaupten kann. Doch dann trifft sie auf Yorine, die ebenso genial wie faul ist und der die guten Noten scheinbar ohne Anstrengung zufliegen. Ayaka schaltet daher direkt in den Konkurrenzmodus, während bei Yorine überhaupt keine negativen Gefühle auffallen. Ob die beiden Freundinnen werden können? In zehn Bänden erzählt Mangaka Kano diese und weitere Liebesgeschichten über die Schülerinnen der Seiran Akademie. Da bin ich schon raus. Ja, also ich fände es total cool, wenn die Geschichte von den beiden jetzt über zehn Bände gehen würde. Das würde vielleicht sogar mich interessieren, weil ich finde das klingt total witzig, dieses Paar. Aber ich hasse das, wenn dann bei so Romance-Titeln einfach dann eine Liebesgeschichte nach der anderen erzählt wird, statt einfach eine zusammenhängende Geschichte. Man darf ja auch Nebencharaktere haben, die dann sich auch verlieben. Aber ich finde das so ermüdend, wenn du das liest. Ich hatte wirklich auch mal so einen Manga. Ich habe den gelesen und gelesen und gelesen und in jedem Kapitel war ein ganz anderes Paar auf einmal drin, was da vorgestellt wurde. Und irgendwann habe ich diese Kapitel einfach geskippt, bis irgendwann die Hauptstory weitergegangen ist, weil ich es mir einfach nicht mehr geben konnte. Die haben mich nicht interessiert, die kannte ich nicht. Weg damit. Also was ist dann immer so? Ich weiß nicht. Naja, also es werden auf jeden Fall diese und weitere Liebesgeschichten über die Schülerinnen der Seiran Akademie erzählt. Lose ineinander verwoben. Klingt jetzt auch nicht besonders gut. Spiegeln sich in den vielfältigen Charakteren auch die vielgestaltigen Formen von Gefühlen und Beziehungen wieder. Wisst ihr Bescheid? So, dann checken wir den Titel auch mal gegen. Originaltitel ist Anokonikis to Shirayurivo. Ja, also die Beschreibung hier ist relativ identisch mit der deutschen Beschreibung. Da brauche ich jetzt nichts mehr ergänzen. Genres sind Comedy, School Life, Seinen und Shoujo-Ei. Also es richtet sich tatsächlich an erwachsene Männer oder Spätpubertierende. Ich bin die Zielgruppe als Beispiel. Aber wie gesagt, also ich bin zwar offen für Shoujo-Ei-Titel, keine Frage. Aber dadurch, dass es dann irgendwie dann so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Paaren und Liebesgeschichten ist, dann bin ich raus. Das ist einfach dann nicht so mein Ding. Ist im Comic-Alive-Magazin von Media Factory erschienen und hat eine Durchschnittsbewertung von 8,2, was ganz gut ist. Hier schreibt sogar einer 10 von 10. Perfekte Serie, die eine gute Balance hält zwischen dem Hauptpaar und dem Nebenpärchen. Okay, das klingt schon mal gut. Alle Paare sind verschieden. Es gibt sogar ein polyamoröses Paar. Okay. Und die sind alle sehr unterscheidbar und wiedererkennbar mit verschiedenen Hintergrundgeschichten und so weiter. Also total empfehlenswert. Gut, das klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wir sind jetzt schon total in Überlänge. Auf jeden Fall gibt es beim nächsten Mal die schonenden Titel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!